Musik Was soll das für eine Höhepunkt sein? Das ist irgendwas zum Ziehen. Musik Wie das Büro vom Oberbürgermeister aussieht. Ich habe zwar jede Woche eine Kindergartengruppe oder Grundschulklasse bei mir im Rathaus, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dass Kinder von Anfang an, auch nach dem Rathaus, ist ein Haus für die Bürger. Versuchen wir mal. Die Bürger und gerade Kinder wissen schon sehr genau, was sie auch wollen. Und deswegen, ich war ja auch mal BDKJ-Vorsitzender, liebe Kim, und habe mich auch mal für den fernischen Pass engagiert, wie so viele. So, und weiter geht es mal von hier. So, Minder des Schuss. Okay, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich zeige es noch einmal mit einem Looping. So, und dann fängt er es in die Hand.